herzlich willkommen bei einfaches habe es geht weiter und wir müssen hier den hafen erobern und das machen wir auch sofort und mal gucken unsere messer sind geschärft haschaschen sind unterwegs nähern uns aus der deckung in bewegung bleiben ich werde ich denke mal solche war hier über ressourcen sind denke ich mir mal ich soll hier glaube wie gesagt eine vorgeschobene basis hier hinziehen ich denke mal wo auch immer unsere klingen helfen wir haben die hunde gesichtet aus den augen aus dem sinn würde ich auch den weg hier lang gehen zeigen sie es mir rücke zur deckung vor was ist denn koordinaten erhalten so mal gucken ich denke mal hier sind auch bestimmt ein paar mächte auch ich glaube wie gesagt ich denke ich räume hier ein bisschen auf wir hören ein wort genügt und wir machen hier mal gucken wie das alles wird also hier so verschwinden über die hatte fand hier ressourcen wo ich denke mal ist so ich hoffe ich hoffe ich hoffe die gute luftschöpfung bereit nein ich kann ihnen keine zigaretten geben werfen mal einen blick drauf sicherheitssystem bis aufgestellte ziele bau abgeschlossen setze mich in bewegung wir sind einsatzbereit entweder wir oder sie bereit für befehle das ist immer so interessant unsere klingen in bewegung bleibt als nächstes ziehe mich an das ist immer so interessant unsere messer was immer nötig ist wir warten auf das zeichen auf der pirsch gehe in deckung was ist denn koordinaten erhalten als wären wir niemals hier gewesen sagen sie mir dass es einen plan gibt wird zeit mich in bewegung zu setzen benutze erst mal meine füße ein wort genügt und wir machen abgeschlossen plan gibt feindliche einheiten ausgemacht gesucht im bereich gehen unsere messer sind ist vor ort als würden sie ihr handwerk beherrschen ich will nur dass meine jungs wieder sicher nach hause kommen warum sind sie dann überhaupt erst her gekommen wir haben sie vorerst zurück geschlagen wir müssen mal ein bisschen glucki glucki machen um mich zu holen unsere sache ist gerecht ein wort genügt und wir machen es wie der wüsten wind nähern uns aus der deckung was ist denn ganz behutsam einsatz bereit ist klar ich mache mich sofort auf den weg aus den augen aus dem sinn weg ist super mal gucken unsere messer sind geschärft wo auch immer unsere klingen helfen ich höre zu kann ich machen zeigen sie es mir ist kein der liebe die können wir nicht sie verlassen was braucht die union was jetzt die kann ich hier nicht lieben lassen es ist mal sinnlos sagen sie mir dass es einen plan gibt wir sagen erstmal hier wir warten auf was immer nötig ist was sollst du jedes bisschen hilf unseres schnappt euch alles bei ihnen das bisschen noch irgendwas also so einfach so uns hier frei anzulassen das ist das wird nützlich sei bereit für befehle die können wir nicht liegen lassen ich bin gleich gespannt was passiert unsere messer sind geschärft bei unserer ehre zu was benötigen sie genau das haben wir gebraucht gibt es beute zum anpirschen was soll es denn sein die können nicht gebraucht schnappt euch alles wie der wind wir warten auf das was immer nötig ist so bereit für die können wir nicht liegen lassen die sind auch extrem viele ressourcen so muss irgendwas heißen sonst würde ich nie wenn die hier extrem zu viele ressourcen was hier rumliegt gefällt mir persönlich überhaupt gar nicht gibt es beute zum anpirschen so hier noch mal speichern mason wird erledigt zeit zu verschwinden pioniertrupp der hafen gehört uns gut gemacht finden sie unsere ausrüstung und errichten sie eine basis ok ja ihr onkel wird von den saxoniern unterstützt aber sie führt ihre leute gegen sie an stell dir vor eine heldenhafte freiheitskämpferin mit einem amerikanischen berater bringt dem unterdrückten volk von arabia die freiheit klingt ein bisschen weit hergeholt vielleicht können wir diesen neuen könig dazu bringen die dinge aus unserer sicht zu betrachten die leute zu hause werden an ihren kampf für unabhängigkeit glauben nicht an übereinkünfte mit irgendeinem mittelalterlichen könig lass es mich tun mir egal wer in arabia das sagen hat solange es für uns einen zwingenden grund gibt einzuschreiten wenn du glaubst diese frau ist die beste option nur zu aber william verbock es nicht schon wieder meine unterstützer werden langsam ungeduldig das könnte unsere letzte chance sein also leute wir müssen in ein gefängnis einbrechen neues prim wir müssen auch ein kampfzelt aufstellen unsere kamelreiter sind schnell und können die feindliche infanterie abwehren na klar je mehr hilfe desto besser neue sekundär ziel erhalten jetzt regnen die einzige einzige system wird aufgestellt wir werden auf abgestoßen wir werden vor ort fest status neues zielen vorwärts vorwärts wir haben einen infanteriektrupp verloren die äußerstreiche reichen nicht aus jetzt gar nicht in die arbeit was soll es denn sein gibt es eine antrage freiwillige sind unterwegs rücken fern nicht 29 knallt sie ab denn 29 braucht unterstattung die ziel an was kommt als nächstes benutze erstmal meine füße baum abgeschlossen gehts reichen nicht aus sammelpunkt festgelegt geht geht nicht aus haben erfahrungen erhalten jedes bisschen hilft ist eine antrage hier vorgang abgebrochen bereit für befehle alles klar wie so ein kampfzelt ok ach ich sehe jetzt wie weiß ich nicht ein sieht nach einer guten stelle aus wir hören ok das muss ich mal dazu wissen bauen sie was bauen sie sich eine basis und 3 aus ok umgeben mörser jetzt haben wir dir die würde ich mehr haben sagen sie mir das ist nein werfe mich in schade gibt keinen grund die nicht einzusetzen so äh die ecke sieht hier ein bisschen komisch aus so das heißt auf gut deutsch hier weil hier was nicht gebaut wurde muss ich da mit dem pionier bestimmten hin und glaube das ohne präsent zu verteidigen hauptquartier hier so wir hören so ein feld geschütz bin gleich da bin gleich da im 29 hier Bauack geschlossen Ziel abgeschlossen gibt's was zu tun wenn wir helfen können tun wir das auch freiwillige ok bereit für befehle hauptquartier hauptquartier das ding baut sich nicht von selbst baut status äh pioniere bereit für befehle hauptquartier hauptquartier sind bereit zu zeigen sie es mir hauptquartier das heißt auf gut deutsch ich muss immer nicht hier hier hin deswegen so viel so viele ressourcen als wären wir niemals hier gewesen wir warten auf das zeichen ich höre zu jörlach behandeln ausländer so ihre vorgesetzten ok deswegen äh deswegen äh ähm ok weil hier hier ist so ziemlich verschmalt ich denke mal hier würden Fußtruppen ja durchkommen hier haben die mehr die Mächts die sind deswegen so wie suchen sie nach Rekruten Pioniere sind bereit rein zu hauen das wird gut sowas das flinken wir wieder zusammen gibt es Beute zum anpirschen auf der Pirsch ich will da oben hin wo auch immer unsere Klingen helfen bleibt von den Fenstern weg gehe in Deckung wie der Wüstenwind die sind echt extrem schnell auf der Pirsch Gebäudeausbau abgeschlossen wir haben jetzt Zugang zu weiteren Optionen der Union alle antreten so Transporter leicht gepanzert gegen die Stelle die Panzer 1 hoffentlich kriege ich das noch hin bevor mein alter Herr sich angischt ok einsatzbereit unsere Wege wird angegriffen Sekundärziel abgeschlossen was braucht die Union Feuer 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 schon mal gut zu wissen das heißt ich muss das alles erobern das heißt verteidigen und noch erobern das wird ja sehr interessant wir warten auf das bei unserer Ehre so was benötigen Sie wir hören zeigen Sie es mir wir sagen hier ich will nicht eher einen Bunker hinbauen und einen Fahnenwerfer trufft warte mal suchen nach Arbeit ein bisschen mehr Abstand suchen Sie mir einen besseren Ort gar kein Problem so also hier ist relativ gruben Gebäudeausbau abgeschlossen wir haben jetzt Zugang zu weiteren Optionen der Union und Sie Fahrzeuge mittelschwergepanzer gegen Schwergepanzer da hin oh das ist cool wir sind einsatzbereit suchen nach Arbeit alle antreten wir haben die Hunde gesichert neuer Sammelpunkt neue Verteidigungsanlagen bereit nötig ist Bunker hier Waffen werden verbäschert sowas von bereit würde ich hier ein weiteres Gegner in unserem Gebiet das kriegen wir hin gibt es Beute zum Anpirschen Alarm wir wurden entdeckt Kumbola Soldaten haben Erfahrung erhalten ich habe Gegner gesichtet Nein die Schienen werden angegriffen einige unserer Witterangen sind in den Elite-Rang aufgestiegen und die Unionshauptquartier wird angegriffen neue Verteidigungsanlagen bereit die Schienen werden mit Kusifonius-Familie wir wurden einfach geschaffen Feind wer ist denn nicht wir haben bei unserer Ehre nein Bunker hier Mason na los neuer Feuersektor wir wurden entdeckt Hascherschen Adrimo eine Feindeinheit ist in der Nähe okay sagen sie mir das ist ein Plan alles klar suche Sektor genau abgeschlossen noch Mist spreche sie ich gehe Status Hauptquartier hier bereit zu so sterben Hunde für den Moment sind wir sie los Gebäudeausbau abgeschlossen Sanitäter sind unterwegs Beinsatz Gegner entdeckt Hascherschen sind bereit zu töten alles klar feindliche Einheiten entdeckt die Unionshauptquartier werden beschossen unsere Verteidigungsanlagen werden ins Visier genommen Gegner entdeckt so wir hören wir sind einsatzbereit sagen sie ziehe mich an feindliche Einheiten entdeckt was braucht die Union eröffnet das Feuer was ist denn unsere Werkstatt wird angegriffen unsere Verteidigungsanlagen werden entdeckt von Sektor Läden vor Waffen Läden 20 3 9 10 10 10 10 10 10 10 11 okay die schnappen wir uns deswegen so viel verteilung ist bereit für befehle vorwärts ich weiß nicht gar kein problem gibt es was zu tun da kommt der kürze da am 29 hier und wird angegriffen unsere verteidigungsanlagen werden ins visier genommen sowas von bereit ich habe noch ein kampf entweder wir oder sie in kürz die ihre stürzen sich jetzt die verteidigungsanlagen bereit und welche einheiten entdeckt inwiegung bereit in bewegung okay auf gut deutsch ich muss doch immer die amfang die raffinie zuhörer einzunehmen gibt's was zu tun da haben wir genau das richtige heute zum anpirschen deswegen so viele ressourcen unsere messer sind geschärft besser als vorher so bereit für befehle das flinken wir wieder zusammen ein wort genügt und wir machen es was immer nötig ist was ist denn gibt's was zu tun alles wie in bewegung wir warten auf das bedungt aufkehr so wir sagen das benötigen sie das ist das erste mal wo ich wirklich ein wort genügt nicht direkt von der basis habe sonst ihm ist wirklich was immer nötig die ressourcen was ich alter bis 90 machen okay hast erschienen sind bereit zu töten so das heißt auf guter ich muss die drei oberen feindliche einheiten entdeckt suchen nach arbeit unsere messer sind geschärft hat erschienen sind unterwegs feindliche einheiten entdeckt unsere verteidigungsanlagen werden ins visier genommen gegner entdeckt gibt's was zu tun okay deswegen glaube ich doch hauptquartier hier vorgang abgebrochen feindliche einheiten entdeckt unsere verteidigungsanlagen werden ins visier genommen was soll es denn sein diesen teil der welt wollte ich schon immer mal sehen ich bin mir nicht ich bin mir nicht einige unserer veteranen sind in den eliterang aufgestiegen und das haben erfahrung erhalten unsere verteidigungsanlagen werden ins visier genommen Pioniertrupp meldet sich zum Dienst. So, Pionier nehmen die das Dorf gleich ein, das ist schon mal gut. Wir haben eine Anti-Metal-Anlage! Schildkanon wird mobilisiert. So. 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 Setzen wir sie sinnvoll ein. Was soll's denn sein? Alles klar. Ist schon mal gut zu wissen. Suche Sektor. Was kommt als nächstes? Bereit für Befehle. Zeit zu verschwinden. Gegner gesichtet. Das dürfte sie aufhalten. Sowas von bereit. Pioniere werden beschossen. Da haben wir genau das Richtige. Gibt es Beute? Neue Verteidigungsanlagen bereit. So. Suchen nach Arbeit. Da! Besser als vorher. Spannen Stacheldraht auf. Unsere Messer sind geschärft. So, das werden wir hier mal dicht machen, die hier reinkommen. So. Bereit für Befehle. Da drüben. Gegner. Kann man sagen, okay, alles klar. Das ist irgendwie ein bisschen nicht so beweglich. Wir hören. Sagen Sie mir, dass es einen Plan gibt. So, wir brechen die Haare los. Bleibt zusammen. Was ist denn? Was soll's denn sein? Wird Zeit, mich in Bewegung zu setzen. Benutze erstmal meine Füße. Gehe in Deckung. Bau abgeschlossen. Die Vierer stürzen sich ins Tunnel. Begebe mich zum breiter Feuer. Warte auf mich abgeschickt. Da. Ich gebe mich. Okay. Kassaschinen sind bereit zu töten. Das ist schon mal ganz gut. Zieh schießen. M29. Soldaten haben Erfahrung erhalten. Das ist jetzt mein Geheilung. MGs reichen nicht aus. Wir warten auf das Zeichen. In Bewegung bleiben. Bedoomt auf Kiel. Feindliche Einheiten entdeckt. Für die Union gesichert. Jajaja. So. Das ist schon mal ganz gut. Sowas. Es geht doch nicht. Die schnappen wir uns. Jajaja. So. Wo wird es mir jedes Mal neu erzielt. Gibt es Beute zum Angriffen? So. Okay. Okay. Bereit für Befehle. Gut. Das flicken wir wieder zusammen. Ein Wort genügt und wir machen es. Was ist denn? Begebe mich dorthin. Hasaschinen sind bereit zu töten. Druck stabil. Ölförderung wird erhöht. Wo auch immer unsere Alaren. Hasaschinen werden angegriffen. Was jetzt? Soldaten haben Erfahrung erhalten. Wer ist der Nächste? Macht schnell. Alles wieder in Ordnung. Sie schießen. Das ist schon irgendwie groß. In diesem Moment ist das völlig was anderes. Weil ich muss wirklich meine Ressourcen? Der Feind hat sich gezeigt. Auf der Pirsch. Legt sie um. Wir wurden entdeckt. Macht schnell. Legt sie um. Rückzug, Schwester. Gebäudeausbau abgeschlossen. Gegner entdeckt. Was ist denn? Da drüben habe ich Deckung. Okay. Da. Besser als vorher. Elaine. Wem müssen wir die... Sprechen Sie. Ein Wort genügt und wir machen es. Corona. Schnell jetzt. Sie sind schon so gut wie zu. Geschichte Formieren sich neu. Wir warten auf das Zeichen. Gegner entdeckt. Ich gehe vor. Ich gehe vor. Okay. Jetzt haben wir vertreten. Gibt es heute zum Anthirschen. Also, machen wir vor dem Bunker. Gegner entdeckt Der feind wurde aus dem geheimliche einheiten entdeckt ein wort genügt und wir machen es Sagen sie mir dass es einen plan gibt Die haben Die Selekt sie mit Kugeln ein Gegner entdeckt Unsere verteidigungsanlagen werden ins visier genommen und bereit machen uns vorher bereit Ich höre zu für mein volk noch keine lex okay wir haben schon mal ein bisschen selbst schon mal Das heißt auf gut Deutsch ich muss meine Basis nehmen und meine Ressourcen verteidigen weil die relativ weit entfernt sind Schon mal senden kann man sagen das ist völlig was anderes wie sonst immer Soldaten haben erfahrung erhalten Genau das richtige Besser als vorher So An 29 hier Alles wieder in Ordnung Also nehme ich gleich die Beine gleich rüber und Aus den Augen aus dem Sinn An 29 rückt aus Infanterie bereit Immer in Bewegung Bereit für Befehle Was ist damit Erwarten Befehle So Mal sagen sie schon mal ein bisschen safe für mich persönlich selber Sanitäter der Union Wir sind einsatzbereit Wir sind einsatzbereit Ich werde es schnell jetzt Der Feind versucht unsere Pumpe zu erobern Okay Wir wurden entdeckt Sprechen sie Wir schneiden ihnen die Kehlen dort Wir schneiden ihnen die Kehlen dort Feindliche Einheiten entdeckt Schnell Ich schieb ihnen recht Schnell jetzt Sie schießen Schnell Schnell Wir haben Gegner. Dann gräsch' hinein hier. Mache mich sofort auf den Bild. Meiner hat er schien, sind bereit zu töten. Hier ist ein einzelner Gegner. Die Kassassien werden angegriffen. Ganz behutsam. Einen nach dem anderen. Wir geben dich zu weiter ab. Zeigen Sie es mir. Bereit. Bleibt sie mit Pferde angegriffen. Ja. Oh. Würde ich euch schon mal achten. Einige unserer Veteranen sind in den Sparen auf der Stilabee aufgehalten. Ich muss schon mal die Kassassien verteidigen. So kann man sagen, eine Ecke ist schon mal ein bisschen safe. Kanone bereit. Wie lautet wir kriegen alles eingereinnt. Bereit für Befehle. Hier entlang Leute. Sagen Sie mir das ist ein Plan. Zieh ihr mich an. Bereit mit Kapitel habe sie ausgehalten. Vorsichtig. Ja. Mach sie ihren Produktion. Eline. Erhelle. Gebäudeausbau abgeschlossen. Bereit zu verschwenden ist kein Problem. Das ist gar nicht so gut. Feindliche Einheiten entdeckt. Ich bin in der Union hier. Feindliche Einheiten entdeckt. Gegner entdeckt. Okay. Suchen Sie Fahrzeuge nach Rekruten? Ward-Unterstützungseinheiten werden vorbereitet. Soldaten haben Erfahrung erhalten. Waffentrupp unter Beschuss. Gegner entdeckt. Was jetzt? Unsere Messer sind gefährlich. Feindliche Einheiten entdeckt. Feindliche Einheiten entdeckt. Wir wurden entdeckt. Unterstützungstrupp bereit. Luftregel zu erledigen. Gebäudeausbau abgeschlossen. Huf. Vorgang abgebrochen. Trupp ist bereit. Ach, das ist die falsche Einheit. Was ist kaputt? An unserer Opposition. Eliminiert Feldkanone wird beschossen. Im Visier. Hallo. Es fliegt mich. Das ist allein. Hallo. Wir verfolgen die Truppen der Union. Sprechen Sie. Pioniere werden beschossen. Im Sterben liegt keine Ehre. Gibt's was zu tun? So. Haben Sie. So. Was kommt an? Verschiehen werden angegriffen. So viel ist das Feind. Wer ist der Nächste? Wir kommen wieder. Da. Besser als vorher. Verfolgen Sie. Gibt's was zu tun? Da haben wir genau das. Wir werden angegriffen. Exos-Scheleiter schalten sich ein. Alles in Ordnung. Anti-Mech-Mannschaft. Hör! Sie schießen! Unsere Verteidigungsanlagen werden ins Visier genommen. Gibt's was zu tun? Wir sehen den Feind. Aus den Augen. Aus dem Set. Was? Exo- Wir haben sie. Exos-Scheleiter. Gegner entdeckt. Im Visier. Wir wurden entdeckt. Hallo. Zerstörer Nox kann es kaum erwarten, die feindlichen Linien zu durchbrechen. Der Feind versucht, unsere Miene einzunehmen. Wir schießen auf Ordnung. Warte auf, Anweisung. Es wird noch mehr erhöht. Ja? Wir haben die Kontrolle über eine Miene verloren. Sie auch? Hallo. Was ist da? Sie hätten angegriffen. Exos-Scheleiter. Captain Mason hier. Ja. Ich gehe vor allem. Geil los. Ich bin nicht rein. So. Bereit für Befehle. Setzen wir sie sinnvoll ein. Der Feind wurde aus dem Gebiet entfernt. Hallo. Das ist, kann man sagen, zwischendurch auch mal Stellungskampf. Ein Wort genügt und wir machen es. M29 hier. Äh. Feindliche Einheiten entdeckt. Gegner entdeckt. Was ist? Verfolgen Sie? Die schießen auf uns. Was ist denn? So. Gibt es was zu tun? Vorwärts flicken wir wieder zusammen. Sie feuern auf uns. Nehmt die Beine in die Hand. Also das fing auf mit den relativ viel, äh... Soldaten haben Erfahrung erhalten. So wie viel, viel Philosophie bevölkert wird. Es ist geleistet, stecken in der Klemme. Geh den Schuh, du. Wir haben einen Infanterietrupp verloren. Captain Mason hier. Der Feind versucht unsere Pumpe zu erobern. Quartier hier. Ich sehe die Stelle. Ein Wort genügt und wir machen es. Wir machen das Zeichen. Pioniere werden beschossen. Hey. Einige unserer Veteranen sind in den Elite-Rang aufgestiegen. Als wären wir niemals hier gewesen. Erwarten Befehle. Aus den Augen, aus dem Sinn. Bitte kurz stillhalten. Ölpumpe verloren. Ja. Ich denke mal, meine Aufgabe ist eher, dass sie... Meine Basis zu verteidigen und... Wäre schön, sich das hier ansehen zu können, ohne beschossen zu werden. Ich denke mal, meine Basis gleichzeitig zu verteidigen und noch die Ressource von den Gegner abzu... Strategisch zu machen. Pioniere formieren sich neu. Okay, Juni, ist hier Basis. Feindliche Einheiten entdeckt. Luftwerkgeschütze. Ich denke mal, die muss ich auch noch irgendwie alle platt machen. Also, ich weiß nicht, wie wir heute noch von hier haben. Das ist ja relativ der beste Weg auch, wenn ich mir mal. Wie teuer sind die denn? 140. Wir bauen einiges Störe. Was? 5 von... Oh, Alter. 5 von 5. Das ist ja extrem viel. Das synt mitten. 6 von 2 von 4. 1 von so her. Danby box 2. 1 bei Paramount. 4 von 4. 4 von 3. Este. 5 von 5. Im телефон! último global. Senyal gemacht. 5 von 8. 11 von culz. 6 von 5. Schw�를cy pokemon制. 9 von 4. 1 bei 7. 5 vonация desse. Spencer gas Leaf 3 verlor das ist denn der erste mal die in den schafften den weg aus ständig die Ich hasse es, hier zu warten, während andere kämpfen. Suchen nach Arbeit. M29 hier. M29 rückt aus. Warte auf Anweisungen. Ich höre zu. Wie sieht der Plan aus? Mache mich auf den Weg. Kanone bereit. Nimm Feuerstellung ein. So? Zeigen Sie es mir. Für mein Volk. Was braucht die Union? Wie lautet das? Wir sind einsatzbereit. Pionier will ich euch ein? Ist doch was von Bad. Gut. Da ist die Kuss. Was ist krass? Was meldet euch jetzt vor der Schau? Das bringt sie kugelförmlich an. Schaut hinein hier. Mache mich sofort auf den Weg. Befehle. Das jetzt. Bewegung. Feuern auf uns. Wir haben eine Infanterie. Wir haben eine Infanterie. Wir haben eine Infanterie. Wir haben eine feindliche Einheiten entdeckt. Was soll es denn sein? Bereit für Befehle. Ich werde eine feindliche Einheit entdeckt. Wir verwerten die feindlichen Linien zu durchbrechen. Okay. Wir haben eine feindliche Einheit entdeckt. Überall. Örtliche Einheiten entdeckt. Unsere Faktoren haben eine Infanterie ins Visier genommen. Was ist denn? Auf den Augen. Auf den Augen. Soldaten haben Entfahrung erhalten. Unsere Kaserne wird angegriffen. Wir schauen mal, was ich da machen muss. Betal aus ihm gewagt. Komm, 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 komm. Wir werden gerechtigt. Feldkabone wird beschossen. Warum? Wir haben ein Waffensystem verloren. Thomas von bereit. Sanitäter der Union hier. Da kommt Verstärkung. Oh. Gut. Wie schnell hier ist es wahr. Ich werde sie aufhalten. Mein Kreide hält es einen Rang aufgestiegen. 29. Lebt sie mit Kugeln ein. Sie haben es auch nicht einsehen. So. Werde angegriffen. Ich werde auf ein. Bereit zur Ausbildung. Eine Feindeinheit ist in der Nähe. Auch nicht genug Ressourcen visiert. Was braucht ihr? Was wird angegriffen? Hasashin werden heute. Weiter feuern. Schnau. Im Gym ist die Mitter. Wieso? Wie sieht der Hund aus? Wir haben die Hunde gesichtet. Kasselbein. 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 So nehme ich gleich die Pioniereinheit gleich und. Ein Wort, was immer nötig ist. Zeigen Sie es mir. Ist kein Problem. Die meisten Einheiten kommen immer von Hier unten. Ich denke mal hier würde ich auch meistens auch langziehen. Aber ich würde sagen hier mache ich mal den ganzen kleinen Cut. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich wünsche euch euch noch statt und noch schöner Abend noch. Und bis das nächste Mal. Tschüss geh.